Was mir durch den Kopf geht, ist, dass die heutige Ärzte-Welt und die Krankenhauspauschalen und bei den Ärzten entweder dauernd in Urlaub sind oder gucken, dass sie irgendwie andersweit sind. Ich weiß auch nicht, wie die das machen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden die eigentlich arbeiten. Kann ich ihnen nicht sagen, weil ich bin ja ein, wie ist das, vermutlich ein Subjekt oder bin ich ein Objekt. Nicht, weiß ich jetzt nicht, ich zähle jedenfalls nicht, weil ich ja nicht wirklich etwas schaffe, nicht wirklich etwas arbeite zum Beispiel und dann zum Beispiel dagegen, gegen einen steuern. Jaja, ich habe das schon kapiert, wie das da läuft in der ganzen Klinik- und Ärzteschaft-Welt. Habe ich schon kapiert. Muss ich sagen, ich finde auch, dass seit Ulla Schmidt, übrigens die heutige Vorsitzende der SPD, schaut genauso aus wie die Ulla Schmidt, aber vielleicht ist das ein Klon. Ich weiß es nicht. Ja, Gabriel, Herr Sigmar Gabriel versucht die SPD, es tut mir leid, es ist vor vielen, vielen Jahrtausenden wahrscheinlich schon kaputt gegangen, weil das tausendjährige Reich wird ja weiter durch die SPD auch weiter tradiert. Das tut mir leid, aber es gibt sehr viele Anhaltspunkte, die sehr dafür sprechen, dass sich die alten Schergen genau da rein katapultiert haben. Und wenn ich mir anschaue, wie alles hier so funktioniert vor Ort, kann ich nur sagen, überlegt euch gescheit, ob ihr wählen geht oder einfach daheim bleibt. Das ist ja ein Wahnsinn, das ist das.